So, hallo Leute und willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir haben hier angefangen, ja, ach angefangen, ja, wir haben hier aufgehört, haben das hier zusammengesetzt, haben die Teile genau gesucht, also die da und so. Und jetzt gehen wir zurück zum Ceeta und gucken uns jetzt die Show an. Hoffentlich können wir uns die auch angucken. Was ein Upgrade für das Stecken wird, lässt die Erde beben. What? Das mache ich gleich. Ja, mach kaputt. Mein Gott, du bist kein Impresario, sondern ein Mörder. Der Kopf eines kriminellen Unternehmens. Dies ist keine Entweder-Oder-Welt, Alice. Und ich habe dir gehorcht. Du hast ein paar Botengänge gemacht, Drecksarbeit. Wahnsinn. Die Show wird die Massen amythisieren, schade, dass du sie verpasst. Du musst dich um diese Matrosen kümmern. Deine Zeit ist gekommen. Zeit? Zeit? Die Zeit ist gekommen, über Schiffe zu sprechen und das Gemüse und das Königshaus und ob Schweine fliegen können und so weiter. Genug davon, Valros. Du jammerst wieder über zu viel Sand am Strand. Dein Geblubber nehme ich zum Frühstück. Schäm dich, Zimmermann. Du hast es versprochen. Ich hatte keine Wahl. Man kann nicht immer wie man möchte. Ich dachte, das wüsstest du mittlerweile. Was ein Arsch. Boah, ist das ein Arschloch. So, Geister, ja. Oder ein großer Geist. Ertrunkener Seemann. Ja, wow, den hatten wir doch schon fünfmal oder so jetzt. Ah, Moment. Ich möchte meine Waffe upgraden. Und zwar möchte ich das Steckenpferd upgraden. Ja, wow, Steckenpferd im Rot. Und ich hätte noch ein Upgrade für Steckenpferd oder für die Pfeffermühle. Ich lasse das jetzt erstmal so. Weil ich jetzt erstmal... Wo ist mein Erdbeben? Weil ich jetzt erstmal gucken möchte, was sinnvoller... Also, was wir als nächstes eher brauchen. Äh, ja. Also, was wir gleich halt näher brauchen. Ob wir die Pfeffermühle als nächstes eher brauchen oder... Ach, der Seemann geht mir gerade sowas von am Arsch. Boah, der hält aber mehr aus. Ach, hat das Steckenpferd jetzt ein Dreierkombi oder was? Ja. Cool. Ja, ähm... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber ist ja nicht so schlimm. Okay. Wir kommen von da, ne? Und das Tor ist da aufgegangen. Gut, dann gehen wir... Äh, hier gucken. Hier wollte ich gucken, genau. Was haben wir denn hier? Oder bringt das mir jetzt gerade gar nichts? Boah, so imber. Steckenpferd. Ich lebe den. Ähm... Hier gibt es aber auch nichts. Doch. Ein dickes Ding. Mit einer Truhe. Und mit zwei Zähne. Wow, wie, äh... Naja. Noch eins. Keine Schweinsnase? Nix? Wofür gibt es denn den Weg da? Nur ein paar Zähne hinzusacken? Oder was? Blut. Ja, und hier. Äh, ist das jetzt etwa hier der richtige Weg? Moment mal. Wow, wir haben einen, äh... Ja, wow. Gut. Wow, warte mal. Hier gibt es nix. Aber das sieht mir so verdächtig aus. Versteckt. Verdächt. Blä, blä, blä. Wollte ich nochmal die Dreier kommen. Ich sehe, guck mal. Warm, warm. Oh, was? Cool. Ich bin fast im Überlegen, das Steckenpferd nochmal aufzubessern. Das ist ja mal was. Warm. So cool. So. Da müssen wir hin. Aber hier kommt wieder was. Schon wieder ein Geist. Ja, komm her. Meinetwegen. Wo ist denn der jetzt? Hä? Ah da. Komm. Nimm deine Bomben in die Hand. Hä? Woher kommst du der? Da, ey. Eigentlich wollte ich... Naja, egal. Machen wir jetzt die Kleinen. Der Geist stört jetzt nicht so dermaßen. Komm. Ah, die Dreier-Kombi funktioniert bei dem nicht. Ach, das war's schon. Gut. Freund oder Feind? Feind. Bitte, Alice. Hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wollen sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Ja. Weißt du, erst wollen die uns abmoxen und jetzt soll ich die auch noch retten? Nee. Mache ich nicht. Kisten. Das suche ich. Kisten mit Zähnen. Damit ich mein Steckenpferd aufbessern kann und nicht zu sehr Verlust von Zähnen habe. Weißt du. Walross und Zimmermann. Oh, okay. Das ist, denke ich mal, ein Boss. Wenn man das Boss nennen kann. Also der von den... Vom Siebenschläfer und von der... Vom Märzhasen. Ja, ich weiß jetzt inzwischen, wie der heißt. War ja kein richtiger Fight. Black. Eine Megatruhe. Nee, doch nicht. Oder Zähne. Ja. Hier gibt's nix. Okay, ich soll hier hin. Aufzug oder was? Aufzug fahren. Yay. Wow, widescreen. Wow, da fällt mir mein Feuer glatt runter. Moment, Leute. Okay, ich bin bereit. Da kommt, da ist doch schon was. Was ist das? Auch ein Geist. Hallo. Äh, das ist voll unfair. Äh. Okay. Das darf man Geister verkloppen. Auch nicht schlecht. Ich mein, die sind ja noch nicht tot oder so. Wo tauchst du auch auf da? Wow. Ey, davon war aber nicht die Rede. Ich bin auch im Überlegen, erst mal auf die Warpalklinge zu sparen. Weil die benutze ich ja eigentlich am meisten mit dem Steckenpferd. Okay, das war's. Ja, alles klar. Warte, komm zurück. Ich bin deine Rettung. Irgendwie. Jo, Alice Fail. Oder doch nicht. Was ist das denn? Das Ding darf ich einsacken. Oder muss ich das abknallen? Ah, ich muss dir folgen. World Skeletter, I Note. Ach, das macht mir jetzt Licht. Alles klar. Ich weiß, dass ich hier gerade bestimmt sauviel verpasse. Wie zum Beispiel diesen Fail. Okay, auf was Neues. Aber ich bin irgendwie... Wie viel habe ich denn? Ich könnte auch die Warpalklinge jetzt nehmen. Aber dann habe ich zu viel Fall ausfügt. Schnell Attacken. Schnellfeuerwaffe. Oder ich warte erst mal auf die letzte Waffe da. Ja, ich glaube, ich spare nochmal gerade ein bisschen. Aber ich bin gerade sehr davon überzeugt, der da Steckenpferd aufzubessern. Weil, das ist doch voll krank, das Ding. Du bist mir zu lahm. Gib mal Gas da. Ich habe gedacht, das war es. Oh, eine Truhe. Truhe. Boah, knapp. Truhe. Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traumhaft. Da waren Zähne. Wie unfair war das denn? Ich konnte die Zähne und Schweinsacken. Hey, wie unfair ist das denn? Genau, genau so, braves Mädchen. Ey, komm, du nutzt uns doch auch nur aus. Aber die Kissen sind respawned. Ah, nichts mehr drin. Schade. Bin ich jetzt hier richtig? Ja. Oder, ich sage mal so. Schreibt mal in den Kommentaren, was ich aufbessern soll. Obwohl. Kann sein, dass ich bis dahin schon was aufbessert habe. Weil ich ja auch im Vorhof aufnehme. Hey, lass das lieber bleiben. Auf jeden Fall, wir dürfen Geister vermöbeln. Juhu. Komm raus da. Hä? Was ist das für ein Ding? Ach, ein Verfall. Ja, dafür ist natürlich, ähm. Äh, die. Au, au. Au, au. Ist das nicht auch der Verfall? Wo ist denn noch ein? Ja. Komm. Oh, nicht nur einen. Boah, der Kamerawinkel ist ja gerade wieder so episch. Nein, nicht du. Tu den Verfall da an, bis hier. Alles klar. So, jetzt kümmere ich mich um dich da. Äh, lol. Ich habe den getroffen. Wie habe ich den denn betroffen? Wie ist denn ein Pferdbeben? Nö. Hä? Ja, komm. Komm schon. Boah, du willst einen Tanz haben. Wow. Wow. Wow, das ist ein Nahkämpfer. Alles klar. Komm her. Bereit. Komm. Komm her, her. Oder hast du Schiss? Oder was ist los? Wo bist du da? Komm. Bam. Wie? Okay, jetzt doch Bomben. Äh, fail. Oder? Ja. So, komm. Wo bist du, hä? Da. Boah, das ist voll mies. So, geht doch. So, und jetzt? Ja, echt, ey. Ich bin Gott. Och, jetzt schon wieder das. Äh, okay. Jump. Und jump dort hin. So. Wo bleibst du hier? Gib mal, ach, das ist ein Seepferdchen. Oh, ein Seepferdchen. Oder sowas. Ey, Moment. Wir müssen hier hin. Da hinten ist was. Da will ich hin. Folgst du mir? Wunderbar. Ein Schalter. Hm. Was genau hat der jetzt gemacht? Genau, ist das ganz sanft ab, Alice. Da oben ist eine Erinnerung. Die will ich haben. Und zack. Und direkt wieder weg hier. So, ich weiß gerade gar nicht genau, wo ich hin. Jump, aber ob das jetzt hier richtig ist oder falsch, ich weiß es nicht. Aber da kann ich noch drauf, oder? Ja. Oh, eine Rutsche. Wuhu. Au. Wovon kriege ich Schaden? Danke. Egal. Wo bin ich wieder mit meinem Schiff vereint? Weil ich in der Dunkelheit war, oder was? Egal, das letzte Tor ist das. Beeil dich, Alice. Ja, halt's Maul. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Na gut, das letzte machen wir aber noch warm. Wow, wie schade. Okay, rein da. Verschwende keine Mission, treiben der Fall ist unverwundbar. Aber ja, das wissen wir doch schon. So, schauen wir mal, was der letzte hier so am Tag war. Komm raus da. Wo bist du da? Komm raus da. Boah, so episch. Komm, da hinten ist noch irgendwas. Was spawnt hier? Egel, wow. Also, ich mein, das sind wohl die pupigsten Gegner überhaupt. Falsche Richtung, Alice. Oh, ich hab gesagt falsche Richtung. Ah, okay, noch getroffen. Treff den Dicken. Den Dicken. Ah, wie fail. Du sollst dich die Schleimbolzen da anvisieren. Oder kommen die jetzt andauernd immer wieder neu? Ja, scheint so. Gut, dann ignoriere ich die und ich kümmere mich jetzt um den. Ha, getroffen. Ha, ha. Und Erdbebel. War, war, war. Jo, komm. Wow. Ha. Wie, nur einmal treffen? Das ist ein kleiner Dinger hier. Nervt nochmal. Gehalt dich so. Ah. Ich muss ein bisschen aufräumen hier. Bam, bam, bam. Okay, ich glaub, das bin überhaupt nichts. Wir sehen den Dicken an. Gut. Ja, komm, komm. Ich weiß, was du vorhast. Komm raus da. Ja, komm. Uuuh. Fuck. Ha, ich hab mich getroffen. Wuh. Ich bin wieder getroffen. Wow. Wow, der ist aber böse. Okay, geh zurück, geh zurück. So weit. Hä? Oh, ich komm so gar nicht durch. Muss ich so machen. Der ist doch betäubt. Wieso kann ich dich nicht angreifen? Komm mal weg da. Jetzt hättest du eigentlich den Dicken anvisieren sollen, aber ist ja egal. Wunderbar ein Lag. Wir sehen jetzt doch mal den Dicken an, ey. Nicht diesen Schleimding da, Mann, ey. Ja, clever. Genau. Rennen. Rennen zu ihm. Ja. Boah, die gehen einen so auf den Sack, ey. Ich denk mal, das ist die Schwierigkeit, dass man den Dicken nicht anvisieren kann. Mann. Ja, genau. Ich bin gleich tot. Wo ist der? Da. Jetzt aber. Boah. Ich hab gedacht, der... Hä? Ich mach dir gar keinen Schaden. Ja. Kannst mal aufhören, die Dinger da anvisieren. Für den Dicken im Target haben. Ja, genau. Und jetzt... Boah, war's das? Endlich, ey. Happy Birthday. Boah. Boah. Haben Engel auch so viel Ärger? Das kann ich denn nicht sagen. Boah. Das war ja mal eine Geburt, du. Äh, puuuh. So, da, da, da. Und da. Komm, Pferdchen, gib Gas. Oh, 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 oh. Das Pferdchen ist doch nicht da. Ich seh... Ich seh grad gar nix. Ich fall eh in den Tod. Das Seepferdchen ist zu lahm. Komm, flieg mal vorwärts. Komm, flieg mal ein bisschen schneller da. Und ja, wenn wir in der Dunkelheit sind, kriegen wir Schaden, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Komm, gib Gas, du Seepferdchen, ey. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schn... Okay, doch, gib Gas. Okay, wofür ist der Schalter? Ich weiß es grad nicht so... Äh, ja. Fail? Ich bin in der Dunkelheit gefangen. Wow. Ich werde sterben. Äh, ja. Ich hätte die, glaub ich, nicht wegmachen sollen. Okay, komm. Störb, noch mal. Oh, Mann, ey. Ist das auch doof, ey. Das erinnert mich ein bisschen an Zelda gerade. In den Schattentempel da. Ja, Kamera. Mann. Ey, Kamera, du bist echt die Härte. Ey, was das für eine Kamera, Mann. Ja, das ist echt ein bisschen Fail. Ey, warum bist du jetzt nicht da reingegangen? Oh, nochmal neu. Ach, super. Ich behalte die Lebensanzeige. Jetzt haben wir nämlich die ganze Zeit diese scheiß Glassplitter da. Kommt man nicht so dahin? Doch. Ach, weißt du was? Dieses... Diese Pfeilchen da gehen mir grad sowas mal auf den Sack. Oder? Boah, ist das ein Fail-Akt hier gerade. Warte, ich warte mal grad auf ein Seepferdchen. Ne, das braucht wieder ewig. Ist es jetzt mal da? Ja, wunderbar. Ja. Ja. Okay, wofür ist der Schalter diesmal? Vielleicht ist es eine Flasche. Die Flasche will ich aber haben. Wehe, das komische Seepferdchen folgt mir jetzt nicht. Komm, hoch. Hoch. Boah, ich hab grad nicht schon wieder gedacht. Au, ich krieg schon wieder Schaden. Leck. LOL. Ähm. Okay. Diese Standplattformen da sind wohl die, die auf Zeit sind. Super. Komm. Äh, was war das jetzt? Boah, so eine Fail-Aktion, ey, Leute. Hä? Willst du mich jetzt irgendwie verarschen? Ja, bleib doch mal hier jetzt, ey. Ach, die fallen runter. Ja, gut. Kommt die Plattform auch nochmal nach oben da? Oder bleibt die jetzt da unten? Ja, ist ja okay. Okay. Das ist alles auf Zeit, ey. Boah, nee, ey. Ja gut, wir sind eh gleich Game Over. Und das Seepferdchen, das brauche ich überhaupt nicht lange oder so, ne? Äh, Fail. Nicht getroffen. So, wir sind jetzt endlich mal Game Over hier. Ey. Gibt's das? Super. Man sollte auch vielleicht gucken, wo die Plattform ist. Äh. Äh. Äh, seht ihr das? Es ist so direkt wieder unten. Voll buggy. Bleibt doch mal jetzt hier oben, ey. So, Pferdchen. Oh, gibt's das? Am liebsten würde ich es ja gerade cutten und einfach so... Ey, jetzt ist das Ding schon wieder unten. Boah, bleib stehen, Mann. Ja, super. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wie soll ich da rüberkommen? Hier ist doch gar nichts. Die Plattform backt sich da unten irgendwie fest oder so, ey. Da kommt man nicht so rüber. Wie geht das? Was denn? Oder ist das wirklich buggy? Irgendwie... Ist das doch hier gerade voll der Fail? Ja. Tot. Game Over oder was? Ja, ich möchte fortfahren. Wo bin ich jetzt? Ach. Darf ich jetzt nochmal da reingehen? Ja gut, Leute. Ich mach jetzt eh erstmal einen Cut und wir sehen uns an einer Stelle. Oder wenn ich drüben bin. Also, ciao, Leute. So, hallo Leute und willkommen zurück zu Alice Madness Return. So, ich hab's jetzt geschafft und ganz knapp nur, aber hier. Mit einer Rose. Nice, wa? Boah, war das ätzend, ey. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und glorreiche See. Boah, ich bin so froh, ich hab's geschafft. Juppio. Mit einer Rose, es hat gesaved. Das macht uns fröhlich. Juppie, ey. Ach, ey. Wie soll ich denn jetzt mit einer Rose weit kommen, ey? Gibt's hier irgendwelche Truhen, die mir vielleicht ein paar Leben geben würden? Du nicht. Du auch nicht. Warum auch? Ja, dann. Ja, super. Gibt's da? Ist ein Schlüsselloch. Was hab ich gesehen? Oh, gib mir mal ein paar Rosen oder so, ey. Och, nö. Aber hier sind Kisten. Ach, Rosen. Okay. So. Ich weiß nicht, wohin uns das hier führt, aber hier wird's wohl irgendwas geben. Ich hoffe, die Plattformen sind hier nicht so buggy, wie in dieser komischen Kammer da. Oh, bleib hier. So. Wow, mach ich das jetzt alles für eine Erinnerung? Äh, oder? Hier hab ich eine Erinnerung. Wer eine Seele zerstört. Zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. Jo, danke für diesen wahren Tipp. Hier geht's auch noch irgendwo her? Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ich weiß grad gar nicht, von wo wir kommen. Ich will da jetzt auch nicht zum... Hier gibt's so Zähnen. Okay. Ah, jo. Hier. Bam. Zähne. Zähne. Äh, wir haben gerade wieder bei tausend. Steck ich. Stock, stock ich, steck ich. Stock ich, dredeck. Tue ich das. Steckenpferd auf Stocken. So, wohin gibt's? Was haben die hier gesagt? Ach so, zu den beiden. Wow, legs. Baum. Wow, okay. Okay, Rutschpartie, geil. Jo. Ähm. Jo, rutschen wir mal. Wow. Kleine, 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 kleine. Oh, ich jumpen sollte man schon, so. Oh, da sollte ich nicht drüber fahren. Aber ich hab ja auch noch so richtig viele Rosen und so. Oh, oh. Egal, ich raste jetzt einfach rüber. Die anderthalb Rosen da, die... werden's jetzt bestimmt auch noch... Ich wollt grad sagen, was hast du da vor? Ouch. Hysterie verwenden. Ja, das mach ich jetzt auch natürlich. Okay. So, hallo, Leute. Was ist das denn? Ja, ich weiß. Ach, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Wir sehen. So, hallo, Leute. Willkommen zurück. Ja, tut mir leid für den kleinen Cut. Aber ich musste essen. Wo ist mein Gamepad? So, wir waren bei dem Dicken hier, aber... Cool. Einmal getroffen und tot. Ja. Ich glaub, da war ein Speicherpunkt, oder? Hoffentlich. Ja. Ja. Ja, gut. Okay, den dicken Verfall da. Kolossaler Verfall. Ja. Hä. Gut. Das bringt nichts. Der ballert doch auch, ne? Ich glaub, das bringt jetzt nichts mehr hier. Aber ich mach dir ja so gar kein Schaden. Wow. Der frisst mich. Wie soll ich den denn platt kriegen? Hilfe. Oh, f**k. Ah, okay. Na gut. Äh, ja. Okay. Äh, Leute. Ich hör jetzt hier erstmal auf. Und, äh. Ja, ich pack die Parts eigentlich irgendwie zusammen und so. Und, ja. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Oh, Spirituality Gamer. designed sich's nicht so gut, 26 Jahre, bis zumalck. Und, ja. Wo Sä cruiseküter geil.